Ich finde es irrsinnig toll, die Entwicklung über die Jahre, was da rausgekommen ist und was für den Stellenwert der Bessos VisGastro heutzutage hat. Man kann beim Bessos VisGastro von einem riesen Netzwerk profitieren. Man kann von der Professionalität der Organisatoren profitieren, die einem extrem viele Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Ganz sicher ist es auch eine Riesenmotivation für die Mitarbeiter, wenn man dann das Bucklet rüberkommt und sieht, auch unser Betrieb ist dabei.